Bevor wir aufbrechen, solltet ihr sämtliche anderen Angelegenheiten klären. Das Ganze ist schon jetzt unangenehm genug und es könnte noch schlimmer werden. Gehen wir. Ich bitte um eine Audienz beim Arishok. Er wird sie euch gewähren, jedoch nicht in dieser Zahl. Meine einzigen Begleiter werden meine Freundin hier und einige der Wachen sein. Ist diese Zahl gering genug? Das ist sie. Tretet ein. Shineda. Grüße, Arishok. Wir kommen wegen der flüchtigen Elfen, die hier untergekommen sind. Unwichtig. Ich möchte mit Hawk über die Reliquie sprechen, die mir gestohlen wurde. Wenn ihr mir Zeit gebt, bringe ich sie euch zurück. Dafür ist es viel zu spät. Das besprechen wir ein andermal. Wir sind wegen der Flüchtigen hier. Die Elfen sind jetzt wieder Thariel. Sie haben beschlossen, sich an das Kuhn zu binden. Sie werden beschützt. Sind sie tatsächlich konvertiert oder benutzen sie euch lediglich als Schild? Sie haben sich entschieden. Genau wie ich. Ihr habt die Missetaten der Eiferer oder die Verderbtheit dieser Stadt nicht verheimlicht. Ihr werdet begreifen, warum ich so handeln muss. Sehen wir uns eure gefährlichen Verbrecher doch einmal an. Sprecht wieder, Thariel. Wen habt ihr ermordet und weshalb? Eine Stadtwache hat sich unserer Schwester aufgezwungen. Wir haben ihn gemeldet. Oder wollten es zumindest. Aber sie haben nichts unternommen, was wir auch sagten. Also haben meine Brüder und ich ihm einen Besuch abgestattet. Das entschuldigt doch keinen Mord! Sagen diese Elfen die Wahrheit? Es gab Gerüchte. Ich werde der Sache nachgehen. Aber sie haben dennoch das Gesetz in die eigene Hand genommen. Manchmal ist das notwendig. So wie ihr den Sohn des Vekont gerecht habt? Es war damals nicht richtig und das ist es heute noch immer nicht. Ich hätte an ihrer Stelle genauso gehandelt. Hork, das ist nicht gerade hilfreich. Ihr Handeln ist lediglich ein Symptom. Die eigentliche Krankheit ist eure Gesellschaft. Sie haben sich entschieden. Die Vedathari binden sich an das Kuhn und beschreiten einen Weg, den ihr ihnen verwehrt habt. Ihr könnt das nicht einfach beschließen. Ihr müsst sie ausliefern. Und ich kann mich diesem Unrecht nicht blind verschließen. Und ich kann mich diesem Unrecht nicht blind verschließen. Nur eine Lösung. Arishok, es gibt keinen Grund für... Vene Cuthers. Nicht hier. Wir sind zu ungeschützt. Los, raus! Hork! Hörte das? Die Konari scheinen auszuschwärmen. Sie greifen die Stadt an. Aber warum nur? Was wollen sie damit erreichen? Das spielt keine Rolle. Wir müssen handeln. Ich stimme euch zu. Allein können wir allerdings nichts ausrichten. Dem Erbauer sei Dank. Ihr seid wohl auf. Ich hatte schon Angst, sie hätten euch erwischt. In der Dunkelstadt wimmelt es von Leuten, die versuchen, vor all dem hier zu fliehen. Die Konari stürmen die Stadt. Und sie gehen dabei äußerst zielstrebig vor. Der Arishok muss das schon seit längerem geplant haben. Ich versuche, die Stadtwache zu mobilisieren. Ihr solltet euer Anwesen in der Oberstadt aufsuchen. Gebt auf euch Acht. Gebt auf euch Acht. Gebt auf euch Acht. Dann packen wir Ei Hat. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020